Musik Sorry, heute nicht. Wie? Komm, verzähl dich, passt nicht. Der nächste, bitte. Bruder, ich kenn den. Halt's Maul, ich entscheide. Bruder, ich schneid immer bei dir. Mein Cousin hat das bei ihm geschnitten. Pssst, halt's Maul. Okay, kommt durch. Boah, Junge, das ist so krass. Bro, ich hab einfach acht Monate auf meinen Termin gewartet. Acht Monate? Du hast Schwein gehabt. Ich hab ein Jahr gewartet. Oh mein Gott, der schneid, der schneid, guck mal, guck mal. Boah. Guck, guck mal, schläg dich, hast du's aufgemacht? Aber das ist schon drauf, ich mach auf. Bro. Boah, ich hab gehört, dass seine Knochen aus Gold sind. Ja, das stimmt, ich hab auch so gehört. Boah, ich wäre sehr gerne sein Freund, ey. Oh mein Gott, das wäre so krass. Ich wäre so gerne an die Schere. Bro. Ich bin der krasseste Maul. Boah. Piss dich, Alter, piss dich. Schatz, ich weiß doch nicht, wann ich komme. Das dauert noch, Mann. Das dauert noch, du checkst das nicht. Ich kann's echt nicht verstehen, dass die Leute so ungeduldig sind. Ist zwar ein Männerfröser, aber der braucht lange. Hörst du mir noch zu, Bruder? Bro. Der ist einfach draufgegangen. Der Nächste. Ich bin dran jetzt, ja. Ja, komm, beeil dich. Ich soll dich beilen? Was macht der da, ja? Junge, dreh doch mal den Stuhl. Was machst du? Dreh doch mal den Stuhl. Der meint das doch nicht ernst gerade, oder? Hey, was machst du da? Mach mal an. Ich kann nicht scheiße hier, los. Der Nächste. Zeit, Lupe? Einmal der Nächste, bitte. Leck, bei dem ist ja nichts schon dran. Was stimmt mit dir nicht? Hier, nimm mal die Hauptmaschine. Hey, mach mal. Schnack mal meine Haare. Bruder, ich küss dein Herz. Du bist seit drei Stunden an derselben Stelle. Bruder, entspann dich. Ich mach das vernünftig mit Herz. Leck, der hat schon drei Kunden gemacht. Bleib geduldig. Gott ist mit den Geduldigen. Ey, Bruder. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Wo bin ich? Wir sind jetzt fertig oben. Bin ich fertig? Ja, fertig oben. Willst du noch Bad machen? Bad? Wie du willst, Bruder. Ich hab noch Zeit. Nein, ich will kein Bad. So, der Nächste. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Wie länger bei dir? Auch, auch. Bester Mann, dein Bad ist länger geworden, ja? Bruder Herz, hab ich dir erzählt, das Neueste? Ich hab mich fast von meiner Frau getrennt, gestern Nacht. Bruder, ich hab's wirklich eilig heute. Bruder, nur weil ich dir meine Meinung sage, ihr Zitronenkuchen hat einfach nicht geschmeckt. Ja, ich weiß, Bruder. Vielleicht hat sie was vergessen. Vergessen, Bruder? Man kann was vergessen. Da ist gar kein Zucker drin. Probier mal bitte. Sag mir einfach die... Sag mir deine Meinung, Bruder. Probier mal. Bruder, bitte. Ich hab's eilig. Ja, ich sag nur, Bruder, sowas geht nicht, Bruder. Das ist meine Frau, die muss mich bekochen und so, Bruder. Bruder, sag mal, kennst du einen guten Reifenhändler? Nein, Bruder, bitte fang einfach an, meine Haare zu schneiden. Ich hab von Ebay klein anst einen Reifen gekauft, der war tot. Ich hab gleich echt einen wichtigen Termin. Bruder, sag mir, wenn ich lüge, guck dir das Reifen an, Bruder. Da ist kein Profil. Warum verarscht man mich? Ich hab doch ein gutes Herz. Ja, sowas macht man nicht. Mach einfach meine Haare fertig, ich schenke dir einen Reifen. Bester Mann, Bruder, wer braucht so ein scheiß Reifen hier? Komm. Boah, endlich, Alter. Ach so, was ich sagen wollte, mein Bruder verlobt sich jetzt. Ich hab mir so einen geilen Anzug gekauft. Bitte zeig mir den nicht. Guck mal her, ist der nicht krass, Bruder? Steht der hier? Bruder, ich hab einen Termin. Ist der gut oder nicht? Ja, der ist geil. Bruder, bitte mach weiter. Jetzt geht's los. Warte noch mal, wir finden uns hier die Klasse, Bruder. Stabil, oder? Bitte schneid einfach meine Haare. Spann dich noch mal, Bruder, wir haben Zeit. Nächste, komm. Bruder, machen wir wie immer? Ja, wie immer. Okay, Bruder, perfekt. Was ist los? Ey, Junge, deine Hände stinkend nach Zigaretten, Mann. Nimm mal bitte Colonia. Räum mal nicht rum, Alter, was ist los? Ja, geht doch. Wirst du deine Stimme aufgetzen? Ey, sag mal, spinnst du? Spann dich doch mal an. Meine Fresse, das stinkt. Wasch mal die Hände. Wasch deine Hände, sofort. Ja, ist okay, ist okay. Reicht. Guck, was da steht. Junge, willst du mich verarschen? Was denn? Die Zigarette ist doch gar nicht hier, die ist draußen. So, wir sind jetzt fertig. So, einmal der Nächste. Bruder, geh du, geh du. Nein, lass mich, geh du. Jungs, der Nächste kann kommen, ne? Bruder, geh mal bitte. Ich schenk dir mein Auto. Bruder, scheiß auf, dein Auto will ich nicht. Der Stuhl ist frei. Du bist dran. Du? Ja, genau, du. Du bist der Nächste. Wohin gehst du? Du bist dran. Komm, Junis, hab keine Angst. Alles wird gut. 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 Es wird alles gut. Du brauchst nichts zu weinen, mein Schatz. So, mein Schatz, wir sind fertig. So, schau mal, wie hübsch du geworden bist. So, mein Schatz, wir sind fertig. So, mein Schatz, wir sind fertig. Oh, oh.